Hallo, heute starten wir mit der kleinen Videoreihe. Ich hatte euch neulich gebeten, mir mal ein Feedback zu geben, ob euch etwas interessiert aus der Keksfabrik, aus meinem Arbeitsleben, aus meinem Unternehmerinnentum. Und ihr habt mir eine Liste an Fragen, habe ich mir daraus zusammengestellt, die ich gerne nach und nach beantworten möchte. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn ich mir die Frage rauspicke, gib mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zum Unternehmen, zur Entstehungsgeschichte, wie groß seid ihr, wie viele Leute habt ihr und so weiter. Und damit fange ich sehr gerne an. Unsere Firma heißt Pferdender Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG. Hans Freitag, der Gründer unseres Unternehmens, war mein Großvater, Hans Freitag, der 1946 mit einer Brotbäckerei und Konditorei in Pferdens Innenstadt angefangen hat. Pferden ist eine Kleinstadt, ich glaube, wir haben 28.000 Einwohner in der Nähe von Bremen in Niedersachsen. Und mein Opa wollte Fabrikant werden. Also er wollte größer sein, er wollte wachsen. Und so hat er schon zwei Jahre später, nach der Gründung, den Grundstein hier gelegt für die heutige Keksfabrik, also 1948. Und hat den ersten Keksbackofen gekauft. Und leider ist es meinem Großvater nicht vergönnt gewesen, alt zu werden. Er ist schon 1960 mit 40 Jahren gestorben, hinterließ meine Großmutter als Witwe mit drei noch relativ jungen Kindern. Eins davon war mein Vater, auch Hans Freitag, der zusammen mit seiner älteren Schwester auch und meiner Oma eben dieses Unternehmen weiterführen wollte. Ja, als wirklich als Junge, als Kind noch. Er ging dann von der Schule ab, machte eine Ausbildung als Zuckerbäcker, nannte man das damals noch, Zuckerbäcker. Und schloss danach noch eine kaufmännische Ausbildung an und führte dann fortan, mein Vater in der zweiten Generation, über vier Jahrzehnte unser Unternehmen. Ich bin jetzt also in der dritten Generation hier tätig, mittlerweile auch schon seit 1990. Manchmal fasse ich mir an den Kopf und denke, wow, wo sind die Jahre geblieben? Also wirklich, ja, auch schon ein paar Jahrzehnte, kann man fast sagen. Ja, wir sind eine Keks- und Waffelfabrik. Das heißt, Kekse und Waffeln sind Dauerbackwaren. Wir haben eine lange Haltbarkeit unserer Produkte, zwölf Monate MHD. Und immer, wenn ich erzähle, dass wir jeden Tag zwischen 100 und bis zu 130, neulich haben wir 140 Tonnen Tagesproduktion gehabt, 140.000 Kilo Keks und Waffeln jeden Tag, dann ist immer die erste Frage, die mir gestellt wird, wow, das klingt ja viel, wie ist denn die Marke? Und da muss ich immer sagen, ja, natürlich, wir haben eine Marke, das ist Hans Freitag, die kennt ihr ja auch hier aus unserem Profil. Doch was wir noch viel mehr machen, ist die sogenannte Handelsmarke, Private Label, Exklusivmarke, vielleicht kennt ihr diesen Begriff. Zum Beispiel, ich zeige euch mal ein paar, das ist Biscotto, die Marke Biscotto ist für Aldi Nord. Das ist Schoko Bistro für Aldi Süd. In jedem Rewe findet ihr zum Beispiel so ein Produkt. Und ich darf darüber sprechen, dass wir die Hersteller dieser Produkte sind, weil auf der Rückseite steht hergestellt, in diesem Fall für Rewe von Pferdner Keks- und Waffelfabrik. Immer da, wenn wir auf der Rückseite der Verpackung als Hersteller genannt sind, spreche ich auch drüber. Nicht richtig proaktiv, aber dann ist es eben kein Geheimnis, dass wir in dieser Verpackung stecken. Es gibt aber auch Kunden, die wünschen sich, dass das eben nicht kommuniziert wird. Die möchten, dass ihre Marke als ihre Marke eben ausschließlich wahrgenommen wird. Und das ist das, wo unsere viele Tonnage bleibt, nämlich in den Handelsmarken. Das ist schon seit jeher unser Geschäftsmodell. Wir stellen schon Handelsmarken über 50 Jahre her. Und einerseits wird man dadurch natürlich als Marke, in dem Fall Hans Freitag, der breiten Öffentlichkeit dem Endverbraucher nicht sehr präsent oder nicht sehr bekannt. Aber es hat eben auch den großen Vorteil, dass es eine enge Partnerschaft mit dem Handel bedeutet. Und wir mit dem Handel zusammen neue Produkte entwickeln, auch wachsen können. Wenn der Handel wächst, dann wachsen wir automatisch mit. Und das hat viele Vorteile und es ist eben so unser Geschäftsmodell. Einfach um das nochmal zu erklären, wenn ich immer von der hohen Tonnage spreche und dann die Frage kommt, wo bleibt die ganze Ware? Also man könnte fast sagen, wir sind in fast jedem deutschen Supermarkt oder Discounter vertreten. Nur sieht man es oft nicht. Vielleicht macht ihr euch hin und wieder die Mühe, dreht mal so eine Tüte um und wenn ihr dann unseren Namen seht, dann wisst ihr, dass das aus unserer Fabrik kommt. Ja, dritte Generation, sagte ich eben. Ich werde 50 dieses Jahr. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Liebe diesen Job, diese Firma sehr, sehr von Herzen. Und für mich hätte es keinen besseren Job geben können. Natürlich wurde es in so einem Familienunternehmen auch immer erwartet, dass ich diese Aufgabe übernehme. Ich habe noch zwei Schwestern. Ich bin die Älteste von dem Drei-Mädel-Haus und habe diese Führungsaufgabe alleine übernommen. Mittlerweile haben wir hier am Standort, nicht nur an diesem Standort, es ist unser einziger Standort, wir haben hier 330 Mitarbeiter. Wir produzieren zweischichtig, überwiegend, aber auch immer mehr dreischichtig, wie gesagt, diese über 120 Tonnen am Tag. Wir exportieren in 50 Länder dieser Welt. Das kann man mit unseren Produkten sehr gut machen, weil sie eben dieses lange Haltbarkeitsdatum haben. Und das geht in jeden Kontinent. Ich fliege zum Beispiel jetzt diesen Sonntag nach Asien, nach Peking, nach Seoul und nach Hongkong. Und mir ist es immer sehr wichtig, die Pflege auch gerade zu den Exportkunden aufrecht zu halten, denn ich sehe im Export für unser Unternehmen noch große Chancen, weiterhin zu wachsen. Und jetzt merke ich gerade, dass ich hier so richtig schon ins Erzählen komme. Ich will aber nicht meinen ganzen Zettel hier schon in einem Rutsch abarbeiten und euch auch nicht zu lange Videos hier präsentieren, sondern möchte das so Step by Step über die nächsten Wochen immer weiter fortführen. Okay, dann habt Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.